Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass Du wieder eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast, der ist für Dich da, dass Dein Leben noch viel, viel schöner und vor allen Dingen eben auch noch gesünder wird. Heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls, für einen Healthy Shot. Und diesen Healthy Shot, den möchte ich heute den absoluten Vitalstoffbomben widmen, nämlich den Sprossen. Ja, Sprossen sind ultimative Superfoods und ganz viele Menschen, die wünschen sich, dass sie mit wenig Aufwand enorm viel erreichen können. Und wenn Du Dir diesen Healthy Shot jetzt, ja, ich würde mal sagen, zu Gemüte führst und Dir wirklich mal eine klitzekleine Liste machst danach, vielleicht auch mit dem Vorhaben startest, dass Du diese wunderbaren Vitalstoffbomben ab jetzt ganz häufig verzehrst, dann verspreche ich Dir, dann wirst Du einen enormen Nutzen davon haben, denn diese Vitalstoffbomben, diese ultimativen Superfoods, die Sprossen, die können wirklich etwas. Ich bin auf diesen Podcast gekommen, weil bei meinem Herzensprojekt bei Energize Your Life am 8. Oktober ist ein wunderbarer, großartiger Mensch zu mir gekommen, der Marco, der heißt genauso wie mein Mann, ja, und hat mir ein Geschenk mitgebracht. Und da war ein Buch drin und zwar von Sprossen. Da habe ich mich so drüber gefreut und ich dachte, okay, alles klar, Kerstin, das ist ein Zeichen, jetzt widme ich doch mal wieder diesen wunderbaren Sprossen einen Podcast. Und was ist denn eigentlich das Besondere an diesen Sprossen? Du kannst Dir das so vorstellen, dass ja diese Samenkörnchen, die werden mithilfe von Wasser, Sauerstoff, Wärme und Licht quasi zum Leben erweckt. Also so ein klitzekleines schlafendes Wunder wird dann wirklich zum aktiven Wunder. Und in dem Moment, wo die quasi anfangen, mit Wasser und Sauerstoff und Wärme und Licht in Kontakt zu kommen, werden bestimmte Dinge gebildet. Also dieser Samen, der wird quasi aufgeweckt. Und was jetzt entsteht, sind neben Enzymen, Aminosäuren, ganz viele Vitamine und Mineralien. Und das Besondere ist, Enzyme in unserem Körper, die wir nicht nur dringend brauchen und auch teilweise selbst herstellen können, die gehen im Alter zurück. Ein ganz großes Problem im Übrigen bei ganz vielen Menschen, die viel zu wenig Enzyme im Körper haben. Und Enzyme, die helfen beim Stoffwechsel, sind Katalysatoren. Die können also biochemisch enorm viel. Ich habe dir mal eine Zahl mitgebracht. Und die haben das herausgefunden in dem Anne-Wingmore-Institut in den USA, dass Sprossen bis zu 100 Mal mehr Enzyme haben als frisches Gemüse. Ist das nicht der Knaller? Und diese Enzyme brauchen wir eben für einen guten Stoffwechsel, für so viele biochemische Prozesse, dass es allein schon aus diesem Grund enorm viel Sinn machen würde, täglich Sprossen zu essen. Und die enthalten natürlich auch noch ganz viele Vitamine, ganz besonders viel A-, K-, B-Vitamine und meine Lieblinge, die du vielleicht, wenn du mir bei Instagram folgst, auch schon gesehen hast in meinem Frühstück, nämlich Bio-Photonen. Ja, die sind voll davon. Und jetzt fragst du dich, oh, was eine Arbeit, ey, jetzt muss ich Sprossen auch noch einweichen. Das ist viel leichter, viel, viel leichter, als du denkst. Heutzutage kann man ja schon mit Gläsern ganz einfache Sprossen züchten, kannst du ja auch kaufen. Ich habe auch mal Sprossen gezüchtet und ja, da habe ich nicht so genau hingeschaut und habe dann in einem wunderbaren Katalog ein Sprossengerät bestellt. Und was damals kam, war ein wirkliches Gerät, was ungefähr 1,20 Meter Höhe hatte und eine ordentliche Breite. Also ich habe so viele Sprossen zu Hause gehabt, dass ich meine ganze Kundschaft damit versorgt habe, bis mein lieber Marco irgendwann die Sprossen nicht mehr sehen konnte. Aber wir essen jetzt immer noch sehr, sehr viele Sprossen, aber wir züchten sie nicht selbst, sondern ich kaufe sie dann immer frisch. Das kannst du natürlich auch machen. Also Sprossen können richtig viel. Und ob du sie jetzt selbst züchtest oder in einem guten, ausgesuchten Bioladen sie eben kaufst, liegt natürlich an dir. Aber wenn du dich fragst, wie geht das? Was passiert denn da? Ja, diese Samen, die du vielleicht auch schon gesehen hast, die kann man dir einweichen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, werden die dann zum Leben erweckt. Dann kannst du dir auch im Übrigen viel besser verdauen und die Bio-Verfügbarkeit, also sprich, wie viel kannst du von dem, was du da isst, auch aufnehmen, ist enorm hoch. Und in dem Moment, wo die eingeweicht werden, dann sieht man mal, wenn du das selbst machst, dann gibt es so wie kleine Füßchen. Die kriegen so kleine Wurzeln und oben, flop, guckt dann manchmal auch noch so ein Köpfchen raus. So entsteht dann eben auch die Sprosse. Und es gibt natürlich unterschiedliche Zeiten, die die eine Sprosse benötigt, um sich zu entwickeln, als die andere. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn du die länger da drin liegen lässt, dann kann sich eben auch ein Mikrogrün entwickeln. Und das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist das geliebte Gersten- oder Weizengras. Ja, das habe ich auch mal probiert zu züchten und da war ich auch mächtig stolz, als ich in meiner gigantischen Sprossenmaschine dann so ein paar Halme gesehen habe, habe die dann mit der Schere abgeschnitten. Aber um ehrlich zu sein, da war ich nicht so gut da drin, im Mikrogrün züchten. Aber ich hatte zumindest damals enorm viele Sprossen. Also, du kannst ganz einfach und selbst Sprossen züchten. Und dieses wunderbare Buch, was der großartige Marco von Energize Your Life mir geschenkt hat, also nicht mein Mann, sondern ein ganz wunderbarer Mensch, der schon ganz lange meine Podcasts hört und Energize Your Life schon oft besucht hat. Dieses wunderbare Buch, was er mir geschenkt hat, das bringe ich dir hier in die Shownotes mit rein. Das ist nämlich wirklich richtig toll. Kannst du einfach draufklicken und dann hast du mal eine tolle Anleitung. Aber ich möchte auch noch etwas erwähnen, was richtig lecker ist und was die wenigsten wissen. Ja, auch darauf hat mich der Marco aufmerksam gemacht, denn du kannst Nüsse, also richtige Nüsse aktivieren. Du kannst also quasi eine muntere Mandel machen oder eine muntere Walnuss. Und wenn du jetzt lachst und denkst dir so, alles klar, die werden dann munter. Ja, die werden wirklich munter. Und wie das funktioniert, will ich dir auch noch sagen. Und das schmeckt so lecker. Und munter bedeutet nicht nur, dass die besser schmecken, sondern die können dann auch besser verarbeitet werden. Also auch die Bioverfügbarkeit und die Enzyme von den Nüssen, die du quasi aus schlafend munter machst, ist noch viel, viel besser. Und ob du es jetzt mit der Walnuss machst oder mit der Mandel, liegt natürlich an dir. Du kannst es mit fast allen Nüssen machen. Du wäschst die ab und machst ordentlich Wasser rein. Und dann weichst du die 8 bis 24 Stunden ein. Und dann lässt du sie ein bisschen abtrocknen. Und dann morgens über meinen köstlichen Obstsalat mit meinen anderen Saaten, die ich so gerne esse. Nein, es sind keine Sprossen, es sind Saaten. Und dann die muntere Mandel obendrauf mit meinem Kokosjoghurt ohne Zucker. Och, sensationell. Also ich hoffe, du wäschst es auch mal aus. Die muntere Mandel oder die muntere Walnuss, es lohnt sich. Und im Übrigen, es gibt kaum etwas, zumindest ist es mir nicht bekannt, was so unfassbar viel kann, wie zum Beispiel die Brokkolisprosse. Da ist der Stoff drin, der imstande ist, die Krebsstammzelle platt zu machen. Das ist das große Problem bei allen Chemotherapien, denn bei keiner einzigen Chemotherapie, die es gibt, wird die Krebsstammzelle vernichtet. Die bleibt also immer schön bestehen. Und daraus entwickelt sich wunderbar der Krebs. Also, wenn du präventiv etwas tun möchtest oder du bist vielleicht erkrankt, dann esse Brokkolisprossen. Und zwar nicht zu knapp, da ist so viel Sulfarafan drin und das ist wirklich ganz toll. In den Buchweizensprossen ist gigantisch viel B-Vitamin drin. Aber auch die Sprosse, also nicht das Chiasamen oder die Chiasamen alleine, sondern wenn du die Chiasamen einweichst und die fangen an zu keimen, also die Sprosse aus den Chiasamen verfügen über zehnmal so viel Omega-3 im Verhältnis zu sechs im Gegensatz zum Lachs. Also, das Verhältnis zwischen Omega-3 und sechs sollte immer im positiven Bereich sein. Und hier ist bei den Chiasamen bzw. bei der Sprosse von den Chiasamen ein so perfektes Verhältnis zwischen Omega-3 und sechs und das ist zehnmal höher als das im Lachs. Ist das nicht toll? Also, im Übrigen, meine Lieblingssprossen sind Erbsen- und Linsensprossen. Ich liebe aber auch ab und zu mal so ein paar Radieschensprossen über einen Salat. Mag ich auch total gerne. Und ich schaue natürlich auch immer, was gerade aktuell verfügbar ist. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß, vielleicht auch beim aktiven Sprossen züchten. Schau gerne mal in den Shownotes, dann siehst du dieses wunderbare Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Vielen Dank auch nochmal dafür, lieber Marco, wenn du diesen Podcast jetzt hörst. Und ich wünsche dir, wenn du jetzt zugehört hast, viel Spaß beim Sprossen züchten und vor allen Dingen auch beim Ausprobieren der munteren Mandel oder der munteren Walnuss. Es schmeckt köstlich. Ich wünsche dir noch das Allerbeste von Herzen, deine Kerstin.